hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu let's play robocraft dies in dieser folge seht ihr eine rostik ist natürlich nicht alles aber was ich sehe okay ich wusste nicht dass die währung jetzt auch gibt ich habe schon ein paar teile nicht mehr gespielt so wie es ausschaut alles klar heißt man kann es nicht nur gegenstellen bekommen sondern auch das rohgeld hier sage ich habe auch nicht nein dazu kubus schmiede 12.000 menschen wir bei sam hahn nicht schlechter sprecht nicht schlecht und jetzt auf der runde haben wir uns so ein stompa gebaut man hat mir schon gesagt ich soll doch keine anti er hier hin bauen aber ganz ehrlich passt schon passt schon wir probieren es einfach mal aus notfall können wir noch ein laser oder personen bauen oder sonstige andere sachen was machen wir denn machen wir brawl scheiß drauf kommen spielen wir brawlen uns in der gegend herum den bot selber falls ihn auch zocken wollte er ist bereits im store drinnen und nach dieser aufnahme runde also überlegt gerade ihr werdet es vielleicht heute sogar noch sehen am freitag vielleicht sogar sein welche auch dafür gesorgt haben das ist den kleinen kerlchen dass es keine kerlchen ja auch ohne waffen gibt falls ihr selber welche ran bauen wollt so müsst ihr schon mal nicht extra kohle ausschleppen nur damit den bekommt mit waffen die ihr eh nicht haben wollt und ich glaube noch irgendwas anderes weil so ein spiel gibt es jetzt auch muss ich mal gucken weil ich zeit dazu finde denn was lustig wäre ich habe ja zwei folgen davor den guten dogfight gebaut und mit dem regulären match zu machen muss ich mal ausprobieren ich werde ja vielleicht sogar heute noch sehen mal schauen aber ich glaube so richtig kampf tauglich wenn dann irgendwie eine anti ist ist der wahrscheinlich nicht so ganz bin mir nicht so ganz sicher muss ich natürlich mal ausprobieren aber der hintergrund hinter dem ticker war eigentlich dass man mal sagt hey man trifft sich an am nachmittag abend je nachdem welchem tag es ist und macht mein dogfight heißt jeder hat nur so eine propeller maschine entweder die gleiche oder eine andere keine antriebe oder sowas noch in dran gebracht nur propeller warfen flugzeug fertig passt schon dass man einfach ein paar luftkämpfe absolviert das würde mich doch ziemlich stark interessieren und an der stelle sei noch etwas anderes gesagt und zwar ich habe hier fünf milliarden freundschaftsanfragen die werde ich annehmen wenn man auch zugleich mir in den kommentaren schreibt wer man davon ist so einfach alle annehmen würde ich das nicht gerne machen weil das hatten wir glaube ich mal letztes Jahr bei der alten freundesliste die ich mal hatte da hatte ich unendlich viele leute drin also die war wirklich überfüllt muss ich schon gestehen und das problem war ich konnte in kein match wirklich reingehen wenn ein paar von den online waren denn sobald mich einer angeschrieben hat und ich ja gedrückt habe kam der nächste mit möchtest du bei mir drin sein und das hat dazu geführt dass meine verbindung am laufenden bande abgesämmelt ist deswegen habe ich auch so wenig freundinnen noch in der freundesliste drin deswegen wer aktiv wirklich mal mitspielen möchte möge sich doch bitte in den kommentaren melden da ist auch im klaren mit drinnen da ist alles wunderbar dann kriegt die freundschaft anfrage auf jeden fall auch durch was mich ist gerade juckt ist die tatsache dass wir nicht in einem brawl reinkommen ich meine ich spiele morgens ja rücker tag erleben aber es sollte eigentlich nicht heißen dass wir jetzt nirgendwo reinkommen okay können wir etwas anderes machen wir vielleicht ein liga spiel etwas eine minute wartezeit weil in irgendeiner art und weise würde ich doch liebend gern in ein match reinkommen ich meine robocop zu spielen ohne ein match zu gehen das ist ein bisschen sinnfrei so ein kleines bisschen zumindest ich habe jetzt eigentlich gehofft durch mein gelaber davor könnte ich die wadezeit überbrücken ach gut ich habe es trotzdem noch geschafft ich muss gerade sagen jetzt muss ich einen cut machen das hätte mir quasi nicht so ganz gefallen 1 408 um die mms geht es hier der shjt schlag mit oder brennen schon vier verschiedene waffensysteme drauf da komme ich mir richtig arm vor mit nur zwei verschiedenen ach komm ich kann sagen eine packt aus so wie so good luck have fun das ist doch schon mal gut das finde ich doch gut dass schon mal der krieg angefangen hat korka morka siegt jemand leider nicht das wäre so schön gewesen doch hier hallöchen da bin ich doch gerade mal froh so wenn der nächste noch kommen würde wäre es wunderbar schau mal wo können wir denn noch entfernen und zwar nach da hinten okay das können wir machen das können wir doch gern machen ja sonst das mal eingenommen haben passt schon die frage ist nur wo ist der nächste ich bin gerade so ein bisschen alleine unterwegs ist natürlich nicht so ganz ja ihr dürft da hinten angreifen passt schon macht mir rein gar nichts aus muss ich nach oben geht oder was na verdammt das ist nicht beabsichtigt gewesen von mir wie ich sehe schon hier sind ein paar flieger unterwegs irgendwo zumindest hallöchen ich bin hier in meinem revier war nie wirklich weg habe mich nur versteckt soll ich aber hallöchen du mein freund bist mir im weg auf und war tot bist du tot bist du au 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 ok das war jetzt nicht zu gut es war definitiv nicht gut auauch auauch gefahr auauch gefahr aux gefahr hilfe nein 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 ach komm schon okay das ist überhaupt gar nicht gut er merkt die getring ist nicht so gut wenn man überrascht wird definitiv nicht gut wenn man überrascht wird ähm ich weiß nicht was du hier machst überhaupt nicht sogar was abgeschossen okay so wird ja natürlich das anders so schauen wir doch mal wir können auch bestimmte frau das punkte und angriff die wird nichts angriffen auch der so du bist fertig mit der welt okay gut vergiss es vergiss es auch keine chance hier mit nur zwei waffen system ist das etwas etwas an umständlich sagen muss man so gut ich möchte sterben zumindest viel aus aber ich bin mir nicht mit mir ich glaube ich muss meine schrotflinte anschaffen das würde mich ziemlich böse auf dauer werden nichts betrifft mehr klaren effekt aber auch nichts für die gestohlen überhaupt nichts kann die gestohlen werden so wo ist ja wo ist er die energie nein ist er nicht ist er nicht ist nicht so jetzt geht es los weg mit ihr weg mit ihr so dankeschön für das gespräch ich glaube ich gehe mal mit ihm da oben mit freundchen was denkst du eigentlich von mir anscheinend recht wenig so ist ausschaut so du mein freund fahrst du jetzt endlich mal hier ja nicht mit mir nicht mit mir ich werde mir sowas dann abschießen ich schieße dich in samana rein oder du da so glücklich mit der welt kann man so lassen hm wo wer wie war das wo habe den feind gesehen werde ihn auf noschen halbieren aber auch du hast keine chance überleben dankeschön ich sehe dich dahinten genauso wie ich dich sehe und ich sehe dich auch noch ich sehe euch alle hallo ich hab auch du wirst nicht siegreich sein, egal was, nein 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 Du, mein Freund, wirst drauf gehen. So schaut es aus. Du wirst auch drauf gehen. Ihr werdet alle drauf gehen. Genauso wie du hier. Okay, ich habe keine Energie mehr. Merke, ohne Energie zu kämpfen ist nicht gut. Überhaupt nicht gut. Okay, gut. Ich muss mal kurz etwas... ein bisschen nachladen. Da, 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 da. Nichts gibt's, nichts gibt's. Solange ich hier noch schießen kann. Falscht ist es. Ich kann verteidigen, das ist natürlich nicht so gut. Ernsthaft? Ernsthaft? Warum habe ich ihn nicht getroffen? Ey, das ist Bullshit. Das ist mehr als Bullshit. Hallöchen, ich sehe da oben. Kapitulieren? Nein. Warum nicht kapitulieren? Warum wollt ihr mal gleich kapitulieren? Feiglinge, sage ich nur. Feiglinge. Was hast du dir jetzt davon noch, mein Freund? Wahrscheinlich gar nichts, wie es ausschaut. Okay. Junge, 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 Junge. Ich glaube, dir müssen wir ein bisschen helfen. Kapitulieren, so weit kommt's noch. Niemals aufgeben, niemals kapitulieren. Da. Das helfen wir hier ein bisschen mit. Das ist natürlich gut. Okay, werden wir machen. Einmal angreifen. Okay, gut, dann müssen wir nochmal, müssen wir nochmal entgegenwirken. Kann ich angehen hier. Los geht's, los. Da, 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 da. Oh ja, der kommt direkt auf mich zu. Hallöchen, mauch. Da, 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 da. Ja, guten Tag. Ich habe gehört, ihr Unterbot macht das nicht mit. Ha, 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 ha. Ja, so schaut's aus. Nicht mit mir, nicht mit mir. He, 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 he. Verdammt. Okay, Moment, das haben wir gleich, das haben wir gleich, das haben wir gleich. Das haben wir gleich, so, genau. So, jetzt da. Du bist mein erster Feind. Du kannst nämlich am meisten schaden mit mir anrichten, nur Hilfe. Definitiv, ja, wap, 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 wap. Ich muss gehen. Verdammt. Das ist der einzigste, der mir wirklich gefährlich wird. Der sechste ist Chemo. Alle anderen sind mir eigentlich relativ egal, aber der. Der ist mehr als böse. der ist mehr als böse mehr kann ich das auch nicht sagen er macht mich fertig und wir wollten nicht kapitulieren da gab es wirklich kapitulieren leuten das macht man nicht mal kapituliert und nicht einfach so zum henkel wird hier so viel geschossen was ist hier los das gibt gar keinen sinn genau ihr nehmt das mein und ich schau mal was ich hier oben abreißen kann hallöchen aber auch und schon gesehen mein freund du wirst direkt wieder drauf gehen hallöchen aber auch mein freund mein freund mein freund was erwarten sie dahinten nur tod zu wie es ausschaut tot und verderben hallöchen aber auch natürlich mal griff wesentlich besser ich habe keine ahnung was du gerade machst aber ich denke mal das wird sich weit geben hatte ich aber auch halbieren auch komm schon ich weiß ich bin langsam so langsam hallöchen der ort macht ich hilfe der rüferi ok komm es müsst ihr auch fertig machen das gilt nicht als fliegen auch komm schon erst ab ok machen wir bin dabei bin dabei bin mehr als dabei wenn mir noch jemand helfen könnte wäre es gar wunderprächtiger natur dankeschön 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 ein dauerbeschuss mit der geld liegen moment 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 ok jetzt müssen wir dich erstmal ausschalten hilfe kommt ihr denn alle her so nachdem du jetzt genau da vorne stehst gleich jetzt bei es abschießen auf einmal na komm au 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 ich weiß es ist nicht das effektivste auf der welt aber wir kriegen es trotzdem es wird trotzdem ein hit es wird ein hit werden ha 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 und du wirst drauf gehen definitiv drauf gehen wunderbar du mein freund wirst jetzt auch drauf gehen nein 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 lass mich in ruhe lass mich in ruhe lass mich in ruhe ouch wer sind das schon wieder ach nicht du hast du gewartet bis ich oh Hilfe nope 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 ah verdammt mir kommt hier noch mehr also wenn wir jetzt nicht ein bisschen drauf drücken dann könnte man vielleicht verlieren so go to the base ja eventuell kannst du ja machen aber irgendwie was zum henke treibt so der gegner ist hilfe ich bin ganz weg hinten wir suchen es den zweiten punkt wahrscheinlich hat sie gekommen da ist nicht so gut dass wir natürlich auch 57 sind ist ganz gut aber der recht ist nicht gut aber auch nicht mit mir mein freund nicht mit mir hilfe okay du bist ein angriff du bist welchen dank ich möchte er möchte er ich habe zum glück von jede menge panzer um heißt ich kann mich noch ruhe hilfe ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin okay gut ich bin geheilt ich bin mehr als geheilt wir können loslegen jungs ich bin gleich da bin gleich da nimmt immer den punkt hier ein ich gehe mal zum nächsten und irgendwo gibt es bestimmt wieder ein kleines fliege swissershot wo halte ich hin halte ich ihn aber auch du mein freund muss sterben und zwar ganz ganz dringend denn du bist ein idiot aber ja lass mich doch kämpfen dass mich kämpfen soll ich kann na komm schon uns fehlt doch nur ein paar prozentchen wie betrunken auf ein paar die sind es ja nicht mehr und das geht's komm 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 dankeschön auf den nächsten punkt so viele punkte wie möglich erobern ich hoffe mal dass er mich jetzt ein bisschen aushelfen kann weil zu zweit lässt sich doch wesentlich besser töten als alleine ok jungen 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 du hast keinen überleben schluss mehr hier ist gerade ziemlich viel unter angriff sowieso ausschaut dankeschön da kommt jetzt angreifen ok ich bin dabei 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 ja verdammt egal angreifen angreifen ich komme nicht mal rein verdammt das war nicht gut das war überhaupt nicht gut okay das war nicht das kriegste was ich je gemacht habe auch ouch ist schon mal gut dass der observiert verdammt aber komm ich und bitte irgendjemand irgendjemand nimmt irgendwann punkt 1.25 es kann nicht ein 60% wir könnte ich um zwei prozent irgendwie verkacken 87 oh ja das wird gehabt ist mein schluss gehabt das mich nicht den kampf geschafft das war doch so knapp das habe ich auch nicht erlebt das freut mich unentschieden oder noch was grösser mal gespannt auf die belohnung das war gut das war richtig gut ein schöner liga bonus bekommen alles was man zu brauchen könnte und eine gold kiste für besiegt ach so war wir ja unentschieden macht nix gold ist immer noch gold 4000 robits noch mal 4000 robits und dann für kleine mini bits ok das ist nicht schlecht um vielleicht noch erste also wir haben noch kein siegerung wir haben noch kein siegerung ok ich überlege gerade kann man dem vielleicht noch was anschrauben ich bin ich möchte hier doch roboter anbauen können wir bei ihm noch irgendwas machen so ein kleiner mini dinge einbauen ich rede von mini dinge und möchte gleich in den schrutt finden weil jetzt ist ja nicht schlecht die ist ja nicht schlecht die flag hat mir jetzt auch der mensch recht gut geholfen also ich weiß gar nicht was habt jungs man darf vielleicht noch wir sind orks wir können doch bestimmt hier irgendwo raketen werfen auf den rücken packen das wäre zuständig gewesen war zu sein wobei moment 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 ich habe eine ganz tolle idee wir sind ja orks also kann man doch bestimmt mit funk nicht behaupten ok das schaut einfach nur doof aus das muss funktionieren wir sind orks und das schaut doof aus passt läuft das will ich jetzt ausprobieren das wäre einfach zu genial wenn das funktionieren könnte und ab zum hauptmenü dankeschön ok technologie vom feinsten bitte einmal spielen und wenn wir schon mal dabei sind aber was machen wir da am besten gute frage was machen wir am besten machen wir nochmal sieger spielen oder warum nicht ein niegespiel in ehren kann niemand verwehren aber ich glaube an der stelle mache ich einen kleinen cut und wir sehen uns dann in der nächsten aufnahme runde wieder bis dato aber hoffe ich hatte viel spaß beim zuschauen es würde mich freuen wenn ihr das nächste mal wieder dabei sein könnte bis dato macht es gut wie und wie immer bis dato bist du Bis zum nächsten Mal.